Ich möchte nicht werten. Tust du immer. Wert ist, anderen zu helfen, ein ganz wichtiger Wert für mich, anderen zu helfen, frei zu sein. Also zu inspirieren, zu lehren, wie auch immer, zu coachen, wie auch immer du das nennen willst. Ja, aber wo steht das? Wenn das an oberster Stelle steht, dann mache ich möglichst nichts anderes, werde ich krank. Und wenn es dauernd sein soll, ist es auch nicht gut für mich. Denn es gibt noch einen anderen Wert in mir, der ist ganz wichtig. Und das ist, dass ich gerne Schüler bin. Ich lerne gerne. Ich bin ewiger Schüler. Ich werde unglücklich, das ist wirklich so, das habe ich immer wieder gesehen im Leben, wenn ich nicht zwei bis vier Stunden am Tag lesen kann, studieren kann. Also ist die Frage, wenn ich gerne inspiriere, gebe, wie viele Stunden am Tag in der Woche mache ich das? Sodass ich auch Raum habe für die anderen Dinge. Also die Dauer. Stephen Covey, ab das Jahr auf der Seite 140, hat gesagt, wenn man sich selbst nicht kennt, kann man sich selbst nicht mögen. Übrigens, wenn sich in der Bibel zwei ineinander verknallt haben, steht da nicht, sie liebten sich oder er verliebte sich oder sie verliebte sich, sondern da stand, er oder sie erkannte den anderen. Ist das nicht eine schöne Begrifflichkeit? Den anderen erkennen, so wie er im Herzen wirklich ist. So richtig andocken. Nicht nur mit Geschlechtsteilen, das ist ein relativ kleines Andocken, das ist so relativ punktuell, sondern mit dem Kopf, mit dem Herzen, mit der Seele, mit der Weisheit, mit dem Bauch, mit dem Geschlecht, mit dem ganzen Körper, mit allem. Erkennen. Er erkannte sie. Und ich glaube, wenn wir uns selber erkennen wollen oder uns selber mögen wollen, müssen wir uns erkennen. Und wenn wir uns selber kennen wollen, müssen wir unsere Werte und Regeln immer wieder durchdenken und auch sie mit unseren Partnern besprechen. Geschäftspartnern, Liebespartnern, Freunde, Partner. Wenn wir das nicht tun, wenn wir die Dinge voraussetzen, driften die Leben auseinander. Warum driften sie auseinander? Weil sich, wir werden es gleich sehen, unsere Werte verändern im Laufe des Lebens. Die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Und wenn sich der Wert von dem einen verändert, von dem anderen verändert, dann hast du den Konsens nicht mehr, von dem du dachtest, dass du ihn hast. Und dann musst du sprechen. Du kannst sagen, ich bin eher der faule Typ, das fluppt oder das fluppt nicht, sprechen will ich nicht. Ja, dann sage ich dir, es wird nicht fluppen. Ihr werdet euch auseinander bewegen. Das ist dann die Konsequenz. Was wir auch immer wieder sehen, ist, dass Werte in unsere Wertung reinfließen. Ist ja so ein schöner, herer Grundsatz, dass wir sagen, ich möchte nicht werten. Tust du immer. Und wer am meisten sagt, er wertet nicht, tut es am meisten. Das ist meine Erfahrung. Die werten dich als allererstes schon mal darin, dass sie sagen, ertappt, du hast gewertet. Nein, nein, aber sie selber werten nicht, natürlich nicht. Du kannst gar nicht nicht werten. Und da wollen wir kurz drüber sprechen und dann überlegen, wie du das auch auflösen kannst. Denn natürlich ist es schön, wenn du nicht verurteilst. Aber werten wirst du. Du wirst, das heißt das Wort nämlich, an deinen Werten abgleichen. Werte sind unsere Software. Das heißt, wir haben so ein Programm, ob uns das bewusst ist oder nicht, das sind unsere Werte und daran gleichen wir das Verhalten anderer Menschen ab. Nennt man Wertung, ist aber unbewusst, kannst du gar nicht verhindern. Wo kommt das her? Viele, viele, viele tausend Jahre zurück, Millionen Jahre zurück, haben zwei Wesen sich in die Augen geguckt und blitzschnell entschieden, ist der andere eine Gefahr oder nicht. Und diese alten Programme haben wir noch in uns drin. Wir können am anderen ablesen, ob er eine Gefahr ist oder nicht. tief in uns. Und wenn du sagst, nein, nein, ich mache das nicht, ich werte nicht, machst du trotzdem. Du kriegst die alten Programme ja nicht abgeschaltet. Ich bin bei dir, wir sollten nicht verurteilen, lass uns diese Differenzierung machen. Wir sollten Toleranz üben, aber wir werden immer werten. Das heißt, Werte sind unsere Software. Und es ist gut, dass wir werten können, weil wir dann im Leben klarkommen. Wenn du sagst, ich will das aber nicht mit dem Werten, schlage ich dir vor, nenne es Toleranz, sage, werten werde ich immer, aber ich will tolerant sein und tolerant als Wert etablieren. Aber du wirst das Werten nicht verhindern können und das ist gut so. Werte viertens sind Glaubenssätze. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Darüber wollen wir jetzt tiefer reden. Und zwar mit einem Fragezeichen. Sind Werte Glaubenssätze? Mein Weltbild ist so. Es gibt Meinungen und wenn du, das ist wie eine Tischplatte, darunter verschiedene Beweise hast, dann entsteht aus der Meinung ein Glaube. Und wenn du noch weitere Tischbeine, noch weitere Beweise hast, entsteht daraus eine Überzeugung. Und wenn du jetzt aufhörst, das in Frage zu stellen und sagst, diese Überzeugung, die ist es. Absolut. Und hör auf, mich damit zu quälen. Und wehe, du diskutierst auch nur. dann hast du aufgehört zu verstehen, dass eine Überzeugung ein Glaube ist, der stimmen kann oder auch nicht. Und dann wird daraus Fanatismus. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, mit fanatischen Menschen können wir nicht reden. Weil sie jeden Angriff auf ihren Fanatismus als Angriff, schreibt dir das auf, auf ihre Sicherheit nehmen. Deren Fanatismus ist ihre Sicherheit geworden, ihre sichere Identität. Und sie verteidigen diese Sicherheit mit ihrem Leben, wenn es sein muss. Und du wirst ihr Feind, wenn du gegen ihren Fanatismus, also gegen ihre Sicherheit, Freiheit vorgehst. Du kannst mit, die findest du überall, die findest du in jeder Familie, diese Menschen, die zum Beispiel sagen, man muss Ostern zusammen feiern. Und dann sagst du, wir haben Weihnachten zusammen gefeiert, wir haben Geburtstag zusammen gefeiert, Ostern müssen wir nicht zusammen feiern. Wenn der jetzt eine Überzeugung hat, kannst du diskutieren. Hast du mich trotzdem lieb, ich habe dich trotzdem lieb, wir werden nicht zusammen Ostern feiern. Du suchst deine Ostereier ganz alleine, mache ich nicht mit. Alles gut. Ist er aber fanatisch, wird er sagen, du bist kein Familienmensch. Kannst du nicht mehr mitreden. An so einer Kleinigkeit, du kannst an so einer Kleinigkeit sehen, es funktioniert nicht mehr. Bleibe bitte immer offen. Selbst bei deinen heiligsten Werten. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass Dinge, von denen ich dachte, sie sind wahr, unfassbar, untrüglich wahr, durch wenige Sätze ins Wanken geraten sind. Und ich habe gesehen, dass es unfassbar weise Menschen gibt, die uns helfen können, Dinge tiefer zu durchdringen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum das Leben nie langweilig wird. Auch auf der Reise nach innen, also mit sich selber, sich beschäftigen, mit Werten. Das ist unfassbar spannend. Und ich glaube,